Was ist mit einander essen? Ich habe es mit einander gegessen. 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 Also wenn wir gegessen haben, dann wird sie uns den Platz zeigen, wo wir uns später wieder treffen. Also jetzt zum Essen gehen wir zusammen, aber später diesen Platz sich unbedingt merken. Und wenn wir uns diesen Platz angeschaut haben, wo wir uns später machen, kann jeder für sich frei losziehen. Also wer sich alleine das nicht traut, der soll sich einfach melden. Und dann gibt es Japaner, die einem an die Hand nehmen und mitführen. Aber jetzt heute Mittag ist wirklich frei. Also es ist auch keine, dass man als Gruppe gehen muss. oder so, sondern jeder kann auch dann für sich losziehen, so wie sie ungefähr. Oder ihr. Also hier miteinander machen. Wie kam? Ucht du dich? Heute ist nur noch so viel zu tun. Heute hat es gut. Heute ist es gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.